Dieser wunderschöne Ford Fiesta Titanium mit Automatikgetriebe und Vollausstattung könnt ihr schon bald vor ihre Tür stellen. Wir freuen uns über ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Große und elektrisch anklappbare Spiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen bequemen Ein- und Ausstieg. Das 6-Gang-Automatikgetriebe von Powershift schaltet butterweich. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Fiesta schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage und ein Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem eleganten und luxuriösen Ford Fiesta Titanium in seiner wunderbaren Automatik werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Einfachprobe. Das Team von Wismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.